Liebe ausdrücken, König David Ertemephiboset um des Bundeswillen, den er mit seinem Vater, Jonathan, geschlossen hatte, König David Ertemephiboset um des Bundeswillen, den er mit seinem Vater, Jonathan, geschlossen hatte. David und Jonathan waren gute Freunde, und sie haben versprochen, einander für lange Zeit beizustehen. Leider starb Jonathan vorzeitig. Vor seinem Tod schützte Jonathan David vor den Angriffen von König Sol. Jonathan handelte gegen den Wunsch seines Vaters, der David als Rivalen betrachtete und ihn mit allen Mitteln tot sehen wollte. Jonathan nutzte seinen königlichen Einfluss, um David zu schützen und half ihm, den Mordversuchen seines Vaters zu entkommen. Jonathan und König Sol starben jedoch in einem Kampf gegen die Philister, David wurde der neue König. Nach seiner Intronisierung ehrte David den Bund, den er mit Jonathan geschlossen hatte, und er brachte Mephiboset in seinen Palast und gab ihm Teile eines Prinzen. Er unterhielt sich auch mit dem Jungen und sagte, Fürchte dich nicht, denn ich will dir Güte erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir das ganze Land deines Großvaters soll zurückgeben, und du sollst fortwährend Brot an meinem Tisch essen. 2 Samuel 9,7 Lektion Liebe ist besser als Hass, und Kinder Gottes müssen anderen Menschen Liebe zeigen. Natürlich sind wir vielleicht nicht in der glücklichen Lage, im Alltag unseres Lebens liebevolle Situationen zu erleben, manche Situationen würden dazu neigen, Wut, Feindseligkeit und Rache zu provozieren. Dennoch ist es nach wie vor Aufgabe der Gläubigen, Menschen in jeder Situation zu lieben. Wir Kinder Gottes müssen nach Liebe und Vergebung streben. Wir sollten beten und Gott bitten, uns in schwierigen Situationen zu helfen, so dass wir lieben können, wenn es uns nicht passt. Gott wird sicher seinen Heiligen Geist senden, um uns zu befähigen, auf herausfordernde Situationen positiv zu reagieren, und zwar so, dass sein Heiliger Name verherrlicht wird. Das Gebet, lieber Gott, bitte hilf mir, auf hasserfüllte Situationen mit gottgefälliger Haltung zu reagieren. Wenn die Umstände rau und unüberlegt sind, hilf mir, positiv zu reagieren, damit der Teufel beschämt und dein Name verherrlicht werden kann. Bitte ermächtige mich durch den Heiligen Geist, bis an mein Lebensende dein gutes Kind zu bleiben, damit ich befähigt werde, mich mit dir im Himmel zu freuen. Denn im Namen Jesu Christi spreche ich meine Bitten aus. Alle. Amen.